So Lebenserhaltungssysteme sind bei 100% Freut mich Ist das da hinten auch so bewacht eigentlich? Ok so sind wir eindeutig schneller Hab ich da was gehört? Morgen war fein Hä? Da Sowas ist auch wichtig die lassen auf jeden Fall was droppen Lass mich in Ruhe Wow das hast du gut gemacht was ist das denn? Haben die? Die haben leider nichts fein gelassen Schade Hier sollte noch ein Erz sein Zero Ich glaube das ist ein bisschen selten Aber nehme ich gerne entgegen Haben wir noch irgendwas? Nö Dann gehen wir wieder zu unserer Rover zurück So dann Ich glaube dann sollten wir die Strahlungs Werte hier senken können Also das ist meine Vermutung auf jeden Fall Ihr lasst gerne was fein Euch will ich haben Au! Mann Ach komm Ihr lasst jetzt echt nichts feilen Mann Diese Tag die wir auf Habitat 7 gefunden haben Ist also die gleiche wie hier? Den Scans zufolge ja Dann sind es jetzt schon zwei Planeten Was bedeutet das? Sie wissen was es bedeutet Wir satteln auf und finden es raus Alles klar Was haben wir hier? Zuwahl Generator Leistung unbekannt Ok Funktioniert hier irgendwas dran? Auf jeden Fall Eher gesagt Alien Technologie So So Was haben wir denn hier oben? Eine Höhle? Hopp Das ist nicht unsere Mission Aber ich wills sehen Drücken CB und der Ding Scheinwerfer gefällt mir Mal gucken was wir hier entdecken Oh auf jeden Fall ein Feind ich sehs Das stellen wir besser mal aus Hallo? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Achtung Beuchte aus unseren Außenposten Und Eine Archen Rettungskapsel Wo haben sie die denn her? Ist doch egal Wir werden sie ihn jedenfalls nicht überlassen Wir müssen sie aus der Nähe scannen Da sind sie wieder Die scannt unsere Technologie sozusagen hier Hä? Oder Schüsse von der Seite abbekommen? Hä? Da? Lade Munition nach! Okay den Händen Oh ich muss ja mal sowas von meinen Schildladen Eieiei Schild ist geladen Okay ich geh mal hier hinten Ah das ist schon mega kritisch was ich hier mach Ah geh in Deckung Tuck dich doch Nein! Ich sterb gleich Ich sterb gleich Tuck dich Tuck dich Oh Gott Oh Gott Jungs Komm schon Leck mich alter leck mich Na komm Na komm Ey das ist echt Leben am Limit hier Nein! An! Fortfahren Maa schade Mein zweiter Tod mittlerweile Ich kann nicht glauben dass die Nexus so viel ins Exil geschickt hat Wir waren nicht dabei Jetzt sind wir es Jemand muss dieses Chaos in Ordnung bringen Wir unterstützen den Pathfinder eins nach dem anderen Ich will wieder zur Höhle Ich will wieder zur Höhle Also das kann ich jetzt hier nicht auf mich sitzen lassen Alleine weil unsere äh technischen Gegenstände da schon sind Sehen sie Dort gibt es Schutz Wasser Festen Boden Die Stelle wurde wegen der starken Kett Präsenz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt Ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten Kett und Relikte Es kommt mir so vor als würde man die einen nie ohne die anderen antreffen Aber gut, dieser Ort ist perfekt Wenn wir den Himmel noch sauber kriegen könnte das unser neues Zuhause werden Hä? Jetzt ist das hier eine andere Höhle? Jetzt bin ich jetzt bin ich total verwirrt Hey, komm schon Ne, hier war das nicht Wir fahren mal gleich hin Auch nicht Mach, komm schon Das ist doch ein Witz Ne, ne, hier bin ich auf jeden Fall komplett falsch Den Weg muss ich gar nicht mehr weiterfahren Mann! Okay Diese Tag, die wir auf Habitat 7 gefunden haben, ist also die gleiche wie hier? Den Scans zufolge ja Dann sind es jetzt schon zwei Planeten Was bedeutet das? Sie wissen, was es bedeutet Wir satteln auf und finden es raus Alles klar Also das stört mich jetzt grad ein bisschen Ich hab die Höhle einfach verloren, ich verpeilte, Junge Ey, das gibt's nicht Ey, das gibt's jetzt nicht, ne? Wir gucken einfach auf ein Map Äh, Legenden anzeigen Höheneingang Äh, wo sind wir grade? Da Da Hier sind wir Soh Hä, wo war die denn? Bin ich grad blind? Äh, stopp Ich bring uns zurück So Das gibt's doch jetzt gar nicht Da hinten denn? Ne, ist auch kein Wer hat doch grad einen Höhleneingang? Ein Erinnerungsauslöser Ein Erinnerungsauslöser Da müssen wir auf jeden Fall auch hin Das ergibt jetzt grad Gar keinen Sinn Also finde ich jetzt halt echt ein bisschen schade Aber egal Dann fahren wir jetzt hier unten hin Warte, wir haben den plattgemacht, das weiß ich Gegner vor uns Naja, du kleines Matsch wie ich Warte, führt der Weg da oben? Ist natürlich super, jetzt fahr ich den doch hier wieder hoch Führt der uns da hin oder nicht? Führt der uns da hin oder nicht? Die ersten Kolonisten haben Audiologs über diese Regionen zur Nexus zurückgeschickt Und? Windhauptbecken Geringste Strahlungswerte im gesamten Gebiet Ein Hoffnungsschimmer Vielleicht mehr als nur ein Schimmer Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert Haben sie was rausgefunden? So was man auf die Hasen zu lernen Aber hey, jetzt sind sie hier Hier sind wir richtig Hier sind wir richtig Hier sind wir richtig Alle bitte aussteigen Es geht los Ich hab was gehört Was mir nicht gefällt Obwohl das doch hier unsere Zäune sind oder nicht? Noch mehr der Link-Bots Aber die scheinen nicht feindselig zu sein Warum seid ihr nicht böse? Oh doch, die sind böse Ah, die scheinen nicht feindselig zu sein, ne? Und behandeln uns sowieso Okay Ich benutze jetzt grad mal ein bisschen die andere Waffe Ah, jetzt bin ich schon wieder weniger hier am reden Ah, eine Konzentration hier Okay, Schild eindeutig auf What? Leck mich Ne, nicht schon wieder Nein Kowa und Neon Oh, Kowa ist sch... Och, nö Leck mich Ey, wie kann man so genau sein? Das gibt es nicht Mann Ich stell mich einfach nur dämlich an Ich verbringe ja schon so viel Zeit auf diesem Planet So, jetzt will ich aber mal wirklich schnell dahin Ist das hier der Kürt? So Das wär ja super Wow, 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 wow Ruhig, ruhig Ganz ruhig Dann gehen wir nochmal auf Allrad Und ein bisschen Schub Ist das die Hühle, wovon wir... Ja, das war die Höhle... Das war die Höhle... Map... Können wir uns das hier markieren? Können wir uns das hier markieren? Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert Haben sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt Aber hey, jetzt sind sie hier So Jetzt, jetzt hab ich satt Noch mehr der linken Bots Aber die scheinen nicht feindselig zu sein So Die scheinen nicht feindselig zu sein Das war der größte Fehler, woran ich je gedacht hab Okay Was geben wir denen zuerst? Das da Dann den hier Und dann Bisschen Ananas Okay, hier hält ich den mal Machen wir zusammen fertig Okay, der hat sich selbst fertig Na Ey, ich werd verrückt Die sind einfach zu krass für mich Ich brauch ne stärkere Rüstung Immerhin starten jetzt hier Strahle für Noch mehrere Link-Bots Aber die scheinen nicht feindselig zu sein Natürlich sind die feindselig Das sind einfach die krassesten Typen Die ich kenne Okay Ey, das kann ja nicht angehen Kauer Ja, du Du So, wir stellen uns jetzt hier hin Komm mal her Waffe zücken Schießkommando Feuer Perfekt Der ist schachmatt Der ist schachmatt Perfekt, der ist schachmatt So, jetzt der oben noch So, den haben wir ganz kurz getäubt Perfekt So, nächster Und da kommt auch wirklich keiner von links der sich zu denken Ah, er weiß gar nicht weg Oh, na klar kommt da jemand Oh, Kauer, du bist die Beste Das kann ich aber auch So Lass mir mal einen Arsch ricken, Scheiß Bot Keine Relikte mehr in der Nähe Mann Geht doch Der Boss hat gesiegt Ich registriere eine starke Reliktverschlüsselung, Pathfinder Um fortfahren zu können, müssen sie sie aufheben Eine starke, ich wollte schon sagen Reliktverschlüsselung Dann gibt es hier bestimmt wieder ein paar Jump'n'Runs hier nach oben Jump'n'Runs Jump'n'Runs Was? Es dient offenbar dazu, aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten Das könnte ziemlich nützlich sein Okay Aktiver Gericht Ist er jetzt einfach wieder ausge... Das Schild kann seine Masse anpassen und dadurch schwere Einschläge absorbieren Achso, das aktiviert dann nur das Schild Ah, Schutz also So Was ist das? Aber ich schätze, dass wir wieder oben hoch müssen Hier holen wir uns noch... Okay Okay Eine Kolonistin aus Anlage 1 Und niemand hat ihren Leichnam abgeholt? Wir wussten, dass wir einige Leute verloren haben, Ryder Aber niemand hat uns gesagt, dass sie zurückgelassen wurden Ich frage mich, wie viele da draußen sind Zu viele Lexi, aktualisieren Sie die Unterlagen der Nexus über Pavlov, Amira S und schicken Sie ein Bergungsshuttle hier raus Gute Idee, falls sie Familie hat, verdient sie es, einen Abschluss zu finden Sie verdient mehr als das Wir werden zu Ende bringen, was sie angefangen hat Ah Ah Eingabe akzeptiert Das ist also unser Jump Run hier Die haben hier einfach liegen gelassen Da haben wir unser Relikt Muss ich näher dran oder habe ich es gescannt? Äh... Ich habe es wohl gescannt Ja, habe ich Gucken wir mal, ob wir... Ja, da hinten sind noch ein paar am Boden Perfekt Holen wir uns mal einfach Ich muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert Ich hab's Perfekt So Oh Kommen wir hier hoch? Perfekt, da haben wir unser nächstes Relikt Warum die auch immer hier oben sind Okay Lösen wir dieses Rätsel So Na gucken wir mal Hä? Oh nö Ist das hier so Doku oder was? Entschlüssen Sie den Reliktcode Indem Sie den Raster Glyphen zu weiten Keine Zeile, Spalte oder markierte Form Darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten Oh... Willkommen bei Sotoku Benutzen Sie einen Schlüssel zur Reliktentschlüsselung um die Konsole zu übernehmen Entschlüsselungsoverwrite Mh... Okay 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 Ich glaub Es wird ein bisschen dauern Ich hab ne Steam Nachricht bekommen Oh nein, ich hab mich in Skype nicht auf beschäftigt gestellt Boah, bitte ruft mich keiner an Achso, okay Ich hab verstanden Ich hab verstanden Ähm... So, die ist hier vorhanden Die ist auch in der Reihe vorhanden Der ist hier vorhanden Der aber nicht Dann hätten wir das schonmal geklärt Der hier ist hier vorhanden Auch vorhanden Hier nicht vorhanden Hier nicht vorhanden Perfekt Hier vorhanden 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 Nicht vorhanden Nicht vorhanden Nicht vorhanden Gut Das ist nicht vorhanden Perfekt So Und der letzte Schon gegeben Und der hier ist Okay, Lösung Absendung Erfolg Perfekt Sie können das richtig Ein Landungsschiff der Cat Erledigt Die Monolithen sind online und verbunden mit Etwas im See? Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen Wir treffen uns dort Unternehmen Sie nichts ohne mich Okay, jetzt können wir so viel reflektieren Okay, Schild down, Schild down So wie mein Schild und mein So wie auch als die Attacke Okay, wir müssen ihm Okay, Cowra ist Macho Den lassen wir mal fliegen Hallo Die Cowra holen wir uns gleich Also ein kleiner Tank sozusagen hier der Typ Okay, noch nicht vorhanden die Attacke Perfekt Das ist echt kritisch, ich muss wirklich mir auf Schild setzen Haha, der kriegt mich nicht Komm her, wir brauchen dich So Eins Zwei Ich glaube die Schwebattacke funktioniert nicht, wenn der ein Schild hat Komm her Will ich mir das nur ein? Oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Relikte finden? Das habe ich mich auch gerade gefragt Crazy shit, crazy shit Okay, aber wie gesagt, ich möchte vorher in die Höhle und Boah, ich Und die Aufnahme Session Handelt einfach nur über diesen Planet hier Aktuelle Zonen Stärke Reich Okay Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden Sie können mit ihrem Abbau Interface Mineralien extrahieren Ja, dann zeig mal Cool, jetzt wird das mir angezeigt Boah, gut, aber das muss ja... Ja Ach nee, ich muss das mit den K machen Okay, der zeigt mir also an Mal auf Allrad Wie geil ist das denn? Auf ihre Karte bitte Scheiße, ich konnte es nicht mehr lesen Zu nah an der Bergbau-Drohne Zu nah? Wie cool ist das denn bitte? Keine Materialien entdeckt? Ich verstehe die Backward-Runde nicht Oh Gott, jetzt habe ich wieder etwas entdeckt, wo ich noch mehr Zeit rein investieren muss Oh Gott, das werden fünf mehr folgen in Mass Effect Andromeda Achso! Das ist der Radius hier Aber ich habe mir die Höhle markiert und ich möchte da rein So, wo war die denn nun mal? Wir pinnen uns hier und müssen nach rechts Ich schätze mal, dass wir hier runter müssen So Wupps Ja Ja Jetzt haben sie da drinnen auch eine Gehirnerschütterung Alles inklusive Da hinten habe ich meinen Waffenschrank Okay Oh, weiter Tote Datenschlüssel Technikexperte Arman Kutharin Getötet von dem was er erforscht hatte Die Todesfälle unter dem Personalrund nicht gemeldet Chef Ingenieurin hat die Berichte an den Nexus zurückgehalten Das klingt übel, aber Was auf EOS klingt schon gut Lebenserhaltung ist wieder online Thema 2 3 4 5 1 5 4 5 6 6 6